ich bin da hinten tier kaufen würdest du gerne braune kuh oder eine gefleckte kuh sein ich finde das krass dass man aber 50.000 geschenke bekommt weird eine braune kuh alles klar das rezept für freundschafts leckerchen freigeschaltet informationen über das tier leckerchen freundschafts leckerchen werden zum notizbuch von neuen hinzugefügt öffnen sein notizbuch um mehr zu erfahren notizbuch öffnen bediengebnis obst oder gemüse seltenheit gewöhnlich eine freundschaftliche normal leckerei die die tiere lieben auswirken auf hühner küken äh küken sag ich schon hühner lüge lamas die beziehung wird sich dem sim und dem tier sofort verbessert da war die braune kuh alter jungtier zufriedenheit ok gehen sauber hunger satt wie soll die kuh heißen die kuh heißt grund von stream wie wort sie die kuh auch wirklich eisie die kuh oder nur eisie ich finde gut dass die einfach den freundschaftsbutton mit drin ist du musst den delay abwarten also die kuh ok damit also die kuh ich würde dich gerne eintauschen nein im inventar platzieren klar ich packe meine ganze kuh ins inventar warum denn nicht komm ja lena ist jetzt nicht so freundschaftlich gut unterwegs da gucken wir uns auch mal die kuh vom nahen an wie sie guckt wie sie guckt wird kuh noch geputzt das mag sie sogar wie gut kontakte knüpfen also die kuh mit liebe drücken let's go die kuh mit dem merkmal tierfreund eine kuh umarmt hat wie gut diese kuh ist ey wie gut sie einfach ist jetzt haben wir ihn hier noch so ne gemein nicht nein nein tanzschritt zeigen kann ich dir einen tanzschritt zeigen ok fand sie jetzt nicht so beeindruckend glücklich zufrieden sauber satt kann ich dich melken schon das denn schwing das bein weil tier vorgetanzt hat coole moves können tierische freunde und sims gleichermaßen erfreuen what the fuck ja lena ist selber auf klo gegangen sehr gut lena flasche milch sechs flaschen milch what the fuck aber nur muss man auf toilette ist jetzt im inventar tatsächlich milch kann das rezept verwendet werden und direkt aus der flasche getrunken werden einen tag fünf stunden warte mal wie viel bringen denn wenn ich jetzt die einfach so verkaufen würde bringen die 111 das ist nicht viel den kann ich auf jeden Fall verkaufen den brauchen wir nicht ich packe die erstmal in den kühlschrank damit die nicht verderben so schnell ich bin eine gute kuh oh ja oh lea kümmern sich sogar freiwillig auch um die pflanzen die gehen jetzt besser ja finde ich gut dann geht mal liebe lena ist es aber eigentlich nolens aufgabe ne was denen da ist der mit mir kaputt achso einfach mal die ne lena lass das mal lass das mal nolen machen bitte du kannst gerade gerne mal weiterhin den den kochkanal schauen damit unser abendessen was es wohl nicht bald geben wird nicht irgendwie blöd schmeckt unserer kuh geht es gut oder ja glücklich sauber zufrieden satt oh futter erfüllen müssen wir das machen ne ist noch voll kann sogar einen Viehstall namen geben ok lena soll kochen lernen im fernsehen was macht sie surf wenn das im internet nice lena nice sie drinstehen diskus fisch ok interessant was wir halt auch machen könnten wäre jetzt das restliche geld was wir haben die 47.000 halt in bessere möbel investieren beziehungsweise das haus vergrößern ich bin auch unschüssig komm wieder mal was zu essen die tun wir mal weg weil die eh immer blöd schmecken zu abendessen servieren du servierst mal ein garten salatje oh was los alles gut was noch so ist hier ein nachbarschaft wenn wir denn da die war ja gerade zu besuch da haben wir die vögel was haben wir drüben können wir angeln das ist schon mal gut zu wissen und wir haben hier himbeere und auch himbeere die himbeere würde ich eigentlich gerne pflücken und bei uns anpflanzen dann blaubeeren sogar auch aber bist du noch mit dem garten fertig ist dauert es anscheinend auch ein bisschen ein bisschen sehr lange ok sie ist wieder da nein lena nicht lena nicht lena bitte nein lena ja oft hier im ohr rum zu fummeln und den salat zu machen den salat will ich jetzt auch nicht mehr qualität schlecht ja toll lena toll der erste staffel war ein sim und der zweite staffel war eine co was wohl mit meinem sim passiert das werden wir nie erfahren mal schauen ich würde gerne den also die staffel 2 jetzt auch behalten und immer wieder halt updates mitnehmen ja mal gucken was neuen und lena so als noch erkunden werden doch mal in urlaub fliegen oder so aber mir fällt gerade ein habe ich das alte ausgestellt ja habe ich sehr gut und wie gesagt werden nach und nach jetzt auch wieder sims erstellen von früher und die hat mit reinbringen auch den film ansehen nähe lena hat versprochen wie relatable das einfach ist lena hat was versprochen aber fühlt sich zu unwohl was zu tun nein spaß um gottes willen ja komm wir haben 47.000 ich will es noch realistisch halten daher also realistisch halten mit weniger geld daher bauen wir eine zweite etage drauf ganz egal wie viel es jetzt kostet so so dann würde ich ganz gerne die auch wieder nehmen kann ich jetzt ich kann es nicht in die mitte tun wieso kann ich es da unten nicht in die mitte tun dann würde ich ganz gern die steuerung ist aber wieder sehr hakelig hier ich kann das irgendwie nicht genau so setzen wie das da ist finde ich sehr interessant wenn diese zuschauer bekomme ich richtig lust zu lust zu was sie sehen sie müssen ihren satz auch bitte zu ende bringen da richtig lust zu also simson kann ich nachvollziehen ich habe in derzeit viele sims also gerade sims 2 lore videos gesehen hat er wieder richtig bock auf sims 2 das problem ist leider sims 2 auf meinem pc super oft abstürzt und das nervt mich richtig aber für mich war sims 2 war das beste game von der sims reihe ich weiß nicht ob ich gerade die ausdauer hätte wie sowas los was sind wir in der militärausbildung und da muss ja was passiert sein ich mag den gedanken also ich mag halt den gedanken den du hast also dass man da halt so ein bisschen lore bringen könnte so wenn ich so hoch das dach und das war's nicht das war's so gibt es nicht auch so gibt's sehr gut ich könnte so ein bisschen ich würde das muss aber so machen dass das versteckt da ist yo ist es und auch hier ich weiß nicht mehr so ganz hallo achso er macht das komm schon er hat sie ne hat er nicht nein so äh man kann ja richtig man kann sich ja richtig rein verlieren irgendwann wird dann zu viel was man will und dann nervt es mich auch Hausflipper kann ich auch noch gut du sie jetzt spielen Hausflipper tatsächlich langweilt mich irgendwann weil ich finde was es da halt gibt ist für mich irgendwann zu wenig tatsächlich so äh das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht obwohl die Lampe können wir auch da lassen so oder verschiebt das bad macht das bad größer ne brauchen wir eigentlich nicht eigentlich brauchen wir das bad nicht größer so das war ja auch echt so ein danke und schön dass jemand meinen gedanken bei sowas gefällt ich mag generell sims lore wie gesagt ich hab jetzt in letzter zeit viele sims lore channel und videos auf youtube gesehen und ich wünschte die hätten diese lore die sie bei sims 2 hatten und auch noch teils bei sims 3 auch hier mit reingebracht haben sie halt leider nicht ist halt leider so kann man nicht als ob man das nicht schief machen kann ach komm ey wenn ich die so ja was ist die tür halt blockiert vom bad das ist blöd so ist auch blöd äh ist echt so ein hauswippe ding weil es so eine grenze auswahl gibt und die workshop sachen teilweise nicht zählen ich kenne nicht mal workshop bei hauswippe ich wusste nicht dass es bei hauswippe ein workshop gibt aber danke für die aufklärung dass es da ein workshop gibt das wusste ich bis jetzt nicht jasmin hey schön dass du reinschaust nach über deine woche hallöchen mir geht es ganz gut dankeschön viel arbeit letzter zeit as always aber passt schon wieso kann man die vergrößern wird das eine doppel treten doppelleiter das passt so schon so dann würde ich ganz gerne das verschieben ja und da würde ich mich das ganz gerne da raus ziehen so ein bisschen und den bisschen schöner hier hin drapieren aber relativ viel space oder können wir hier auch so kücheninsel hin machen ich gehe ich gerne auf ja ich hatte auf ewigkeiten hauswippe gespielt aber das ist schon super super lange her wo ich da mal reingeguckt hatte du müsstest ja sehen wir haben uns ja an steam als freunde und der kommt weg wie groß ist der der ist mir auch viel zu klein den kann man wirklich zwischen die fenster hängen ah der reicht unter dem auch nicht mehr reingeguckt gehabt und deswegen weiß ich auch gar nicht mehr was es da alles gibt ich habe auch gesehen es gibt unglaublich viele dlcs bei hausflipper die ich auch mal reingucken müsste eigentlich habe ich aber auch noch nie kosten ja auch alle geld alles kostet geld auf der welt traurig aber wahr so viel geld habe ich dann halt auch nicht unbedingt die groß jetzt alles nicht so was ware ist aber nicht so wild ein bisschen chaotisch wieso chaotisch was war los die woche wenn du erzählen magst du musst natürlich nicht wenn du nicht möchtest ich würde ganz gerne eigentlich nämlich nehme wohl den yoga raum nach melina oben mit damit lehner dann endlich mal wenn es lernen kann jetzt ein schachspieler hinzuklatschen das ist alles ein bisschen zu eng ich hatte sie unten gerade mal wir gehen gab an montage höher ok ich merke die fenster sind platziert sie ist ein zeit mit der wand jetzt genau vor dem fenster aber so glaube ich mir gerade mal all das wie es unten ist aber auch schon gesehen dass jetzt hier verschiedene tapeten sind oder könnte eventuell auch ich weiß es ist das was wir vorher hatten aber ist jetzt mal gerade egal das kann wieder hergestellt habe wenn es damit kein licht reinkommt ja sorry egal ich würde es auch gerne alles hinstellen aber es ist halt kein platz nehmen wir das nicht jetzt da es kommt noch welche aber gerade auch schon wieder zu wenig zeit für zu viele games jahr fühle ich fühle ich bei mir kann jetzt hat auch viel zu viele games raus die alle gern spielen würde aber weder zeit noch geld genug vorhanden mir gefällt diese ecke einfach nicht mehr gefällt auch das hier nicht warte mal Ich versuche mal, ob das besser aussieht, eventuell. Schon. Zwei Geburtstagen vorbereiten, L, die erste Impfung, der normale tägliche Wahnsinn. Ja, der normale tägliche Wahnsinn ist immer ätzend. Jetzt gefällt mir das aber wieder nicht. Ich habe es gleich, Lloyd. Gehe ich im Fenster wieder nicht. Ist dann zu sehr eingeschränkt. Was ich auch machen könnte, wäre... Das Auto hat einen doofen Schnitt. So, ich habe es gesagt. Okay, das ist blöd. Ich glaube, ich bin nicht gemeint. Offene Wohnbereiche sehen doch schöner aus. Also ohne Wandel ist mir das Wohnzimmer etwas besser gefallen. Ja, aber ich finde halt, ja, gehe ich d'accord mit offenen Wohnbereichen, aber ich finde halt diesen Platzverlust dann, finde ich halt zu hart. Wohnzimmer offen lassen. Ja, okay, auf die Tapete. Ja, 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 die Tapete. Aber es ist gerade einfacher für mich, die zu lassen, als eine neue rauszusuchen. Ich möchte eigentlich erst mal die Möbel hinstellen, die ich brauche, bevor ich hier jetzt mit Deko anfange. Ja, deswegen machen wir mal hier oben weiter. Die Toilette. Ich mache jetzt gerade erst mal nur Copy-Paste. Mache ich so, aber lieber. Wer pfeift hier eigentlich in mein Ohr gerade? Spiegel. Ich bin nicht mehr so schlecht. Platzverlust, man kommt auf jeden Fall Platz ohne Wand. Ja, aber du kannst ja nichts hinstellen. Das ist ja Durchgang. Wie meint das so mehr Platzverlust? Nein. Ich verstehe nicht, was ich meine, aber es ist... Das ist okay. Ja, der Teppich ist zu klein. Ja, so passt der Teppich. Wieso geht ich eigentlich die ganze Zeit wieder runter? Ich habe keine Ahnung, weil ich es kann. So, dann würde ich das hier nochmal so ein... Wollen wir mal deinen Yoga-Bereich hin? Der Schnitt von diesem Haus ist einfach unmöglich. Wirklich. Wenige Wände, weniger Kreativität. Wäre doch die Wand mit der Tür. Ja, aber da könnte man ja dann auch als Beispiel... Warte. Und da jetzt die Wand wäre und dann eben die Tür, kann man das ja hinstellen. So könnte ich es nicht hinstellen, weil es den halben Weg halt blockiert. Versteht ihr, was ich meine? Also hier machen wir diesen Yoga-Bereich von Lena. Namaste und so einen Scheiß. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ähm, okay. Bedeutet... Oh, ich kann auf dreier Höhe gar kein Doppelbett stellen, gell? Das ist breiter. Warte mal, Kinder. Ich muss mal gerade mal gucken. Nein. Wir nehmen einfach mal als Doppelbett das hier. Das ist so der Hinsteller. Dieses Haus ist zu klein für zwei Schlafzimmer mit Doppelbett. Willst du mich natzen? Dieser Schnitt ist einfach unfassbar. Ja, egal. Also in meinem Kopf habe ich mir jetzt eh schon anders gedacht, dass man es halt so klassisch macht wie so ein Hof und halt hier noch so ein Haus anbaut, wo dann halt auch nochmal so irgendwie Küche und so ist. Aber es kommt später, wenn wir genug Geld haben. Jetzt müssen wir halt so leben, wie es aber ist. Äh, Tür. Ich wünsche mir übrigens immer noch, dass es endlich einen Multiplayer geben würde für Sims. Es wäre so gut. Es wäre so gut, ich würde es so lieben. Was brauche ich gerade mal? Alle. Achso, als innen. Wieso gibt es als innen-Ding nur die? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Machen wir das hier weg. Machen wir nach Zimmer. Hm. Weil dieses Ping gehört hat, das ist mein Arbeitsherrn. Ich habe vergessen, so viel Leistung zu machen. Tut mir leid. Ich finde so RK auch ganz hübsch. Okay, was sind RK? Jetzt musst du mich aufklären. Du hast mich erwischt. Dann sagen wir uns bitte nicht so, ich muss googeln. Ich kann im Stream nicht googeln. Also ich könnte im Stream schon googeln, aber es ist blöd. Verkleidung, ne? Verkleidung ist halt eher draußen. Was ist das? Paneele. Paneele. Hol ich für mein Zimmer. Lena, wie stehst du so rot an der Wand? Pintenwand? Ne, das sind Fliesen, gell? Ne, die will ich jetzt nicht in der Flur haben. Obwohl ich eigentlich Lena gerne die Tapete geben würde, kriegst du jetzt auch einfach. Ohne Diskussion. So, ich brauche Deckenlampen. Was ist noch ein Krieger? Aua. Hopf. Was ist noch ein Krieger? Von dem Geld? Stress. Energie. 5, 5, 5, 5, 6, 1, 0, 6, 10. Oh, 10 natürlich krass. Man kostet 8.500. Alter. Warum kosten manche Sachen, manche betten so viel? ำ Dolever. Verpassen einfach. kurz.